Hallo Leute, ich bin Buster Edwards. Hast gewonnen! Kannst du mir ein Pfund fürs Taxibong? Viele haben sicher von mir noch nie was gehört, aber 1963 war ich eine schwer bekannte Persönlichkeit. Ich will diese Burschen ein für alle mal festnageln. Meine Frau June und ich, wir waren manchmal ganz schön klamm. Entschuldigung, ich meine natürlich knapp bei Kasse. Was will ich tun? Borg dir doch die Kohle von der Bank. Ich arbeite mit Banken zusammen, aber ich borg mir nichts. Das ist ehrenrührig. Keine Selbstbedienung, richtig borg. Viele Jahre haben wir geträumt vom Besseren. Er redet pausenlos von seinem großen Traum. Was ist es denn? Die Klunkern von Lizzie Taylor? Ist nur der königliche Post so. Mit einer Million im Bauch am Bank Holiday Wochenende. Eins darfst du niemals vergessen. Ich liebe dich. Begreifen wir uns. Eine satte Million Pfund. Oh, bitte gehen nicht. Ich habe so eine Angst. Fang an! Du lebst wie ein König in Mexiko. Für eine Handvoll Kohle im Jahr, Alter. Stell dir das doch mal vor. Das ist das wahre Leben. Davon haben wir doch immer geträumt. Keine Angst, June. Es ist bloß gearbeitet. Nö, die brauche ich nicht. Hier fühle ich mich niemals zu Hause. Aber wir haben doch immer davon geträumt. Der Traum unseres Lebens. June! Die Leute! Man wird doch einen Millionär liebhaben können. Lasset gucken. Lasset gucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017